speaking liebe imkerfreunde meine sehr geehrten damen und herren jetzt wurde ja aufgrund eines nicht zustandekommens einer mehrheit gegen die verlängerung von glyphosat glyphosat um zehn jahre verlängert von der eu-kommission nur dass man das mal richtig versteht die mitgliedsstaaten hatten zweimal die gelegenheit abzustimmen und es war eine qualifizierte mehrheit erforderlich entweder für eine verlängerung oder gegen eine verlängerung weder das eine noch das andere trat ein deutschland hat sich enthalten weil die fdp für eine verlängerung war und grüne und spd gegen eine verlängerung und laut geschäftsordnung der bundesregierung enthält sich dann die bundesregierung wenn sie sich nicht einiges in einer koalition auch bei einer ablehnung wäre die mehrheit gegen eine verlängerung nicht zustande gekommen fragt sich wie sehr unser landwirtschaftsminister für eine mehrheit gegen eine verlängerung gekämpft hat das ist unbekannt zweitens wurde jetzt von der konservativen mehrheit im eu-parlament SUA abgelehnt SUA ist eine pestizidreduktionsstrategie die im rahmen von farm to fork jetzt endlich zur abstimmung kam und jetzt wird wieder nicht reduziert wir im garn sind bestürzt zornig resigniert dass die belange der bienen und der wildbienen und der libellen und ins anderen insekten bestäuber insekten immer noch nicht berücksichtigt werden meine damen und herren wir haben keine gesellschaftliche mehrheit für naturschutz und für einen systemwandel also in der landwirtschaft und ich frage mich wie lange das geht solange bis wir gar keine insekten mehr haben solange bis wir gar keine bienen mehr haben solange bis die zahl der bienen die in landwirtschaftlichen kulturflächen sind so weit zurückgeht dass wir immer mehr ableger machen müssen um den bestand zu erhalten was ja im hinblick auf die zahl der bienenvölker irreführend ist wir haben also nicht nicht zu zeigen dass die zahl der bienenvölker steigt die steigte garn und es zeigt die stahl der ableger frage mich wie lange es noch so gehen soll und jetzt droht eine deregulierung der gentechnik wo der mühsam erkämpfte kontrollmechanismus für gentechnisch veränderte organismen über den haufen geworfen werden soll was dann für mehr als 90 prozent der zukünftigen gvo gelten soll gentechnik meine damen und herren wird aus einem einzigen grund betrieben um pflanzen patentieren zu können und damit die ernährung monopolisieren zu können das ist der einzige grund und alle anderen aussagen sind ausreden lügen unwahre feststellungen es geht bei der gentechnik nicht um die rettung der welternährung nicht um die züchtung dürresistente pflanzer ähnliches die haben wir alle schon im konventionellen landbau also in der konventionellen züchtung nein es geht einzig und allein um die patentierbarkeit um die bindung die zukünftige bindung der landwirte an saatgut für das sie jedes jahr neue lizenzgebühren zahlen müssen und um eine monopolisierung der ernährung ich befürchte dass auch das mit der konservativen mehrheit gekippt werden wird und ich frage mich liebe politikerinnen und politiker von der cdu und von der fdp und teilweise auch von der spd und von den anderen die noch weiter rechts stehen auch was habt ihr denn davon wenn ihr dem industrielobbyismus folgt ihr werdet in zukunft auch diese genveränderten lebensmittel essen müssen ihr werdet in zukunft auch erhöhte allergien haben ihr werdet in zukunft auch in einer monotonen landschaft leben ihr werdet in zukunft auch dafür verantwortlich sein dass keine bienen und keine wildbien und keine insekten mehr da sind ihr seid es die dafür verantwortlich sind und die wir dafür verantwortlich machen werden und wir werden es nicht vergessen was habt ihr davon wenn ihr so einem lobbyismus folgt und entscheidungen trefft die für uns für unsere mitbürgerinnen und mitbürger für unsere natur so ein desaster nach sich ziehen was habt ihr davon fragt ein imker der sich um seine bienen sorgt in einer gewissen resignation und verzweiflung auch denn offensichtlich nützen alle wissenschaftlichen studien nichts solange wir keine mehrheit für eine landwirtschaft haben die endlich weniger ackergifte einsetzt gespiegt